Jetzt bitte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein erster Gast und schon bin ich eine grauenhafte Gastgeberin Ich wollte euch danken, dass ihr mich hierher gebracht habt, auch wenn ich mich noch schwer tue Wenn es das ist, was ihr wolltet, freue ich mich, dass ich euch helfen konnte Ich kann zwar nicht behaupten, dass mir Kirkwall gefällt, aber ich bin froh, hier zu sein Ich hatte nie besonders viele Freunde, nicht einmal in meinem Clan Es ist kompliziert für mich Wieso wart ihr bei den Dälisch so unbeliebt? Als erste der Hüterinnen war ich immer ein wenig ausgeschlossen Während ich Magie und unsere Geschichte gelernt habe, wurden die anderen in den Via Tandahal ausgebildet Es ist gut, dass ich fortgegangen bin Ich wäre eine schreckliche Hüterin geworden Ich bin nie besonders gut mit anderen ausgekommen Ich würde sagen, ihr habt euch in dieser Hinsicht ziemlich weiterentwickelt Es freut mich, dass ihr das so seht Danke, dass ihr mich besucht habt, Hork Das bedeutet mir viel Beim Schreckenswolf Warum herrscht in meinem Haus eigentlich immer so eine Unordnung, wenn ich besuche, aber Es sieht hier nicht immer so aus Das schwöre ich euch Ich bin nicht mehr so aus Ich muss in Kürze mal wieder nach oben zum Einkaufen gehen. Ich hätte im Gesinderviertel bleiben sollen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben zum Einkaufen gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich muss in Kürze mal wieder nach oben gehen. Ich glaube, ich habe da etwas benutzt. Es war leicht. Es war leicht.